Willkommen zurück bei The Division 2. Ich bin jetzt gerade eigentlich auf dem Weg gewesen, mir diesen SHD-Technologie-Belt zu holen und ganz nebenbei, bei diesem Nebeneinsatz hier landet, ist da gerade auf dem Weg, SHD-Technologie-Leuchtfeuer. Ich soll da ein Belt aus dem Zug bergen. Und ja, ich wollte es eigentlich nicht, aber ich bin jetzt gerade halt schon hier. Und dann machen wir das auch einfach. So, vorne. oh, 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 oh. Ich wollte den ja nicht direkt in die Arme laufen, ne? Mal gucken. Wie mache ich das denn jetzt am besten hier? Sagen. Den Kameran raus? Da saugt schon mal für… ersten schutz zeig dich ja die drohne tut schon mal je übriges wunderbar du als nächstes haben wir noch hier da hinten ich brauche es nicht mal nachjahren das gibt es sehr doof ja wunderbar du hast du was nützliches gefunden immer wieder der selbe mist warum suchen wir überhaupt noch nee super naja kämpfen wir uns halt mal so vor ne nicht das gewesen wie ich es mir vorgestellt habe aber gut muss halt so gehen ja jetzt habe ich doch ja nach ja mag euch nicht das ich verstehe er hat meine drohne kaputt gemacht gibt's doch nicht ja komm das feuer gefällt dir doch nicht ja der ist knapp noch keine ahnung was das ist ja wir fahren jetzt ok ja sind stufe 15 einsatzungen 16 das heißt es wird zumindest mal wieder ein ausgeliechen werden wir haben aus uns erwartet ich schalte mal eben das ziel weg irritiert mich mal wieder sehen ok durchgeführt. Ah da. Mhm, 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 mhm. Komm, zeigt. Ganz dumm. Ein bisschen näher. So, next one. Guck mal, erstmal kümmern wir uns um dich hier, oder? So. Komm ich da rüber? Mal laufen, 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 laufen. Mal laufen. Mal seit ihr da. Ah. Scheiße, laufen. Runter, du Idiot. Ah. Sende Verstärkungsanforder. Markierung in der Nähe. Scan it. Danke. Sieht mal in dem Leben. Gunter um. Jetzt macht ihr diese Kiste auf. Die Leute sollte auch rein. Markierung in der Nähe. Steht. AkLEXOWWell. was war das so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, 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 nein Jetzt warte mal kurz ein bisschen Mechanik rum Hier ist Hm. zeig dich feiger und mal wieder unnötig kompliziert gemacht okay so den behälter finden zeig dir nach da oben da kommen wir mal dahin nein also von der anderen seite wundervoll auch munition gut nehmen wir es mal mit dass man christian der behälter ist ganz in der nähe ja die auch denken können dass das so ohne wer das geht hier das auffüllen ein reparatur geht das ist sehr freundlich so so das ist gut so genau übernimmst du das spiel vielleicht passt noch nicht ich glaube du frisst der blei jetzt gerade mir danke ja 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 Da kommt noch ein, oder? Bin ich? Oh, das ist aber schön. So, ja, das war die Suche, die ich mir... Eigentlich bräuchte ich nicht mehr. Ich hab das Thema schon durch. So. Wunderbar, machen wir. Hallo, Hundi. Jo, dann war das auch schon der Einsatz. Ich würde sagen, wir machen hier wieder eine Pause. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.